Bleib wie dein Bier. Glück auf! Du brauchst nicht viel, um alles zu haben. Nur jemanden, mit dem du dich lebendig fühlst und etwas, was euch verbindet. Freiberger. Bleib wie dein Bier. Der Sommer ist da und die Temperaturen steigen. Wie könnte man sich da besser abkühlen als mit einem frisch gezapften Freiberger? Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Pils, Radler und Co. immer beliebter werden. Das Feeling ist quasi unser Bier, unser Hauptprodukt. Mit dem Produkt gehen wir in die Herzen der Leute. Viele trinken es, die Vereine trinken es, die Familien trinken es. Man kann es zum Feiern nehmen, zum Abendsdurstlöschen nehmen. Es ist einfach ein tolles Produkt, was wir haben. Um in Zukunft noch mehr Menschen auf den Geschmack zu bringen, wird die Freiberger Brauerei ab sofort erweitert. Insgesamt sechs neue Drucktanks mit jeweils 1500 Hektolitern Fassungsvermögen wurden in den vergangenen Monaten aufgestellt. Am Mittwochnachmittag erfolgte dann der offizielle Spatenstich für die neue, ca. 1200 Quadratmeter große Leergut zur Tierhalle auf dem Gelände des Freiberger Brauhauses. Beides eine Investition in Fortschritt und Nachhaltigkeit, die gleichzeitig auch mehr Bier bedeutet. Naja, wir haben ja seit vielen Jahren einen sehr herausfordernden Biermarkt und Freiberger hat sich allerdings in diesem herausfordernden Biermarkt auch sehr gut entwickelt. Wir haben gute Steigerungsraten in den letzten fünf Jahren. Wir haben uns bei den Biermixgetränken, bei den alkoholfreien Getränken sehr gut behauptet. Also nicht bloß behauptet, wir konnten diese Mengen auch steigern. Im Pilzmarkt konnten wir uns ebenfalls steigern. Freiberger ist die Nummer drei in Sachsen, die Nummer fünf oder die Nummer vier in Ostdeutschland. Und all das sind Gründe. Dazu haben wir noch natürlich einen technischen Hintergrund. Die Fremdflaschenrate in unseren Kästen beträgt mittlerweile 30 Prozent, die Durchmischung. Und das heißt, wir müssen sortieren. Und diese Halle wird vor allen Dingen auch der Sortierung der Flaschen, der Leergutflaschen dienen. Hat eine relativ große Bedeutung. Also zum einen ist es wirklich die größte Investition, die wir jetzt seit 30 Jahren hier an dem Standort machen. Also seit dem Bau dieser Brauerei, die wir hinter uns sehen. Und insofern ist es schon erst mal finanziell sehr bedeutend. Aber auch für unsere Arbeitsbedingungen, für die Mitarbeiter ist es eine tolle Sache, dass wir hier die Sortierung anders regeln können als bisher. Wir können also in einer neuen, modernen Halle mit einer guten Infrastruktur arbeiten. Und wir werden ja auch die Hofsituation mit dem Leergut dadurch verbessern, sodass auch für die Mitarbeiter hier eine bessere Arbeitssituation entstehen wird. Und wir können natürlich effizienter arbeiten und die Auslastung der Abfüllanlage entsprechend steigern dadurch. Aber nicht nur für die Freiberger Brauerei ist es natürlich ein wichtiger Schritt in die Zukunft und hat Bedeutung für den Ausbau der Marke. Auch für die Stadt Freiberg ist dieses Bauprojekt ein wichtiges Zeichen, denn letztendlich heißt das, dass die Brauerei in der Silberstadt bleiben und noch attraktiver werden wird. Es ist für uns sehr wichtig, weil das natürlich auch ein klares Bekenntnis von Freiberg und damit der gesamten Gruppe zum Standort Freiberg ist. Wir haben hier die letzten Jahre einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Jetzt ist die erste Baumaßnahme, das schafft Arbeitsplätze, das schafft Wertschöpfung hier vor Ort und das zeigt, dass der Industriestandort Freiberg sehr gut funktioniert. Was viele vielleicht nicht wissen, die Freiberger Brauerei investiert stetig in die Zukunft und hat auch in der Silberstadt natürlich einen extrem hohen Stellenwert. Nicht nur, weil sie für herbstfrische Abkühlung sorgt. Zum Beispiel solche Investitionen wie die hier, aber auch Investitionen in die Marke. Wir haben jetzt gerade unser Aussehen der Flasche wieder etwas verändert. Also wir tun da viel und arbeiten ja auch immer zwei, drei Jahre schon gedanklich voraus, um halt diesen Zukunftsherausforderungen zu begegnen. Es ist immer sehr, sehr gut, eine Brauerei im eigenen Ort zu haben. Sei es als Sponsor für verschiedene Veranstaltungen, sei es als Veranstaltungspartner für das Bergstadtfest, für die Sommernächte, für die Eisbahn oder auch gerade in Freiberg als Betreiber des Tivolis. Sie sorgen dafür, dass in Freiberg kulturelles Leben gemeinsam mit der Stadt entsteht und dass Menschen die Möglichkeit haben, hier ihre Freizeit auch zu verbringen. Und natürlich ist Freiberger auch ein wichtiger Arbeitgeber und trägt den Namen unserer Stadt im eigenen Namen und damit in die Welt hinaus. Also liebe Biertrinker, achtet in Zukunft bitte einmal mehr darauf, dass in Freiberger Kästen nur Freiberger Bier als Leergut im Laden wieder abgegeben wird. Das erleichtert der Brauerei das Leben und sorgt zudem noch für mehr Biernachschub. Wer den Baufortschritt verfolgen möchte, kann er übrigens einfach mal einen Zwischenstopp an der B101 einlegen. Mmh, bleib wie dein Bier. Glück auf. Tauche ein in unsere Freiberger frische Oase. Ob Zitronengelb, Flaschengrün oder Grapefruit Pink. Du bestimmst die Farbe deines Lebens. Freiberger, bleib wie dein Bier.